Sie sind hier, 20. September 2018, 14.47 Uhr von Florian Merz, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Spieler mit einem starken Abschluss sind Gold wert und treffen aus den unmöglichsten Lagen. EA präsentiert die Top 10 der abschlussstärksten Kicker von FIFA 19 Urheberrecht, EA-Spieler mit einem starken Abschluss sind Gold wert und treffen aus den unmöglichsten Lagen. Sport 1 präsentiert die Top 10 der abschlussstärksten Kicker von FIFA 19 Wie im letzten Jahr hat EA Sports schon vor dem Release von FIFA 19 verschiedene Top-Listen aus den unterschiedlichen Kategorien und Ligen veröffentlicht. Dabei geht es um die Basis-Goldkarten im Modus FIFA Ultimate Team. So veröffentlichte EA jüngst die Top 10 der Spieler mit dem besten Abschluss in FIFA 19. Neben den Basiskarten gibt es regelmäßig Updates für die virtuellen Kicker, so dass sich die Abbilder den Leistungen der realen Spieler anpassen. Auch Legenden-Karten von nicht mehr aktiven Fußballspielern wie Michael Ballack, Jens Lehmann oder Rhein-Gix sind Teil des FUT-Modus. FIFA 19 wird am 28. September offiziell in Deutschland erscheinen, während die Demo bereits am 13. September von EA zur Verfügung gestellt wurde, von Florian Merz folgen. Edvi Laude Florian Merz, Jahrgang 1990 geboren in Oberkirch, schrieb während und nach seiner Ausbildung an der Heinrich-Herz-Schule in Karl. Punkt.